WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Aber in Sicherheit. Sie wollen wissen, wie es weitergeht. Wir müssen die Leute warnen. Wen? Die Rebellen? Die werfen uns ins Sunspot-Gefängnis, bevor wir auch nur ein Wort sagen können. Darum sollten Sie einfach die Corvus nehmen und abhauen. Ja, ich nehme einen Tai-Jäger, setze ein Notsignal ab und warte, bis die Rebellen mich finden. Glauben Sie wirklich, ich lasse Sie hier alleine herumtreiben? Der... Wir sind der Inferno-Trupp. Sie und ich. Hier ist Aiden Versio von der Imperialen Corvette Corvus. Ich sende ein Notsignal für die Rebellen-Allianz. Wir ergeben uns. Kontaktiert sofort den General. Du hältst es für eine Falle. Und bringst sie trotzdem an Bord? Du willst immer, dass ich Risiken eingehe. Was Unverantwortlicheres konnte ich nicht tun. Sehr gut. Ich bin General Lando Calrissian. Und Sie müssen diese Überläufer sein, von denen ich gehört habe. General? Wir haben Ihren Leuten schon alles gesagt, was wir wissen. Gehen wir ins Stück. Okay. Was war das? Eine schlechte Idee. Erzählen Sie mal. Schwift glaubt, Sie sind imperiale Spione. Und was glauben Sie? Dass Sie Angst haben. Um Ihr Leben rennen. Sie haben uns gute Infos zur Operation Asche gegeben. Ich habe dafür zwei Sternenjäger. Nur für Sie. Was? Sie lassen uns gehen? Ganz richtig. Fangen Sie einfach von vorn an. Wo Sie uns überwachen. Dafür sind wir zu beschäftigt. Ja. Schön alle... Schön weiterarbeiten hier. Nicht ablenken lassen. Wir wissen, dass Operation Asche nach Naboo unterwegs ist. Sie müssen sich stoppen. Wir kriegen das schon hin. Nein. Das Empelium verändert sich und mit ihm seine Taktiken. Der tut richtig der Rücken weh, ne? In der ganzen Steherei. Wir wollen keine Rebellen werden. Und der da, der spielt Tetris. Heimlich. Na. Haben Sie einfach die Tür hinter mir geschlossen. Das ist doch gemein. Wie sieht der denn aus? Oh Mann. Wir können nicht mal Ex-Flügler fliegen. Kein Problem für eine Spezialeinheit. Was ist die Alternative, Aiden? Also, ich brauche eine Entscheidung. Naboo. Alle Jäger, beginnt euren Angriff. Lando, dein Timing ist erstlassend. Hier ist Prinzessin Leia Organa. Alle bei mir sammeln. Lando, schützen Sie die Prinzessin. Wir zerstören die Asche-Satelliten. Ich bin hinter Ihnen. Oh, das weiß ich. Aber wenn einer von Ihnen etwas versucht, schieße ich sie persönlich ab. Glauben Sie, Sie könnten das? Man nennt mich nicht umsonst, Danger 1. Ich sehe eine Wärmesignatur unter den Zentralsatelliten. Das muss der Thermalenergiekern sein. Dann konzentrieren wir dort unsere Feuerkraft. Hey, Vorsicht! Ich sehe es. Da ist ein Geschwister, weil es mal von den Satelliten... Oh, 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 oh. Hoppla, hoppla. Oh, Vorsichtig. Weiter, Satelliten erledigt. Das war's für heute. Einmal kurz umdrehen. Ja, wir sind dabei, Schrift. Gut. Zeigen wir dem Imperium mal, mit wem es sich anlegt. Machen wir die mal alle nach und nach fertig hier. Guter Schatz, Commander. Hey, hey! In meiner Einheit ist sie kein Commander. Satellit in meinem Sektor erledigt. Jetzt sind wir noch einer. Noch ein Satellit weniger. Wir haben es fast geschafft. Und dann verschwinden sie. Stimmt's? Stimmt. Sobald die Satelliten weg sind, beschießt unser Großkampfschiff den Zerstörer. Wir wissen, was zu tun ist. Am besten zerstören sie zuerst die Verteidigungssysteme. Verstanden. Noch einer. Guter Schuss, Versio. Verstanden, Staffelführer. Satellit ausgeschaltet. Sieht sehr gut aus. Sieht sehr gut aus. Wir erledigen den Rest. Sie übernehmen den Sternenzerstörer. Verschärkung ist eingetroffen. Y-Flügelbomber. Sorgt für Ihre Sicherheit. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. Hey, Sie geben mir keine Befehle. Alle Einheiten. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. Eine Gruppe Teiljäger hat unsere Bomber im Visier. Fangt sie ab. Leistung Unterstützung. Helfen wir ihnen. Zurück. Wenn die Schilde weg sind, bringt die Restoration die Sache zu Ende. Die was? Unser Großkampfschild. Allein hat es gegen einen Zerstörer keine Chance. Aber gemeinsam bringen wir die Sache zu Ende. Verstanden. Wir zerstören unsere Y-Flügelbomber. Wir müssen sie verteidigen. Hallo, wo kommt der an, meine Freunde? Dass ich das fertig machen kann. Noch mehr Teiljäger! Helfen Sie mir! Achtung! Weibliche Schiffe nähern sich! Weibliche Schiffe nähern sich! Weibliche Schiffe nähern sich! Wollen wir es, Jungs. Wann es alle? Ja, ja. Donnie. Doh! So langsam Es ist aber mal ganz nett Wenn ich die alle ausgeschaltet bekomme Aber ich weiß nicht, wie lange ich noch meine Freunde hier beschützen kann Ja, das werden ja immer mehr Oh, scheiße, scheiße, scheiße Ui, das war knapp Erster Schild zerstört Neuer Anflug für den anderen Hier auch was zu zerstören Irgendwas ist passiert jetzt Das ist nicht gut Tut mir leid, sehen wir nicht alle den brennenden Sternenzerstörer? Das imperiale Protokoll sieht einen Sprung in Sicherheit vor Diese Schiffe wollen nach Thiet Sie werden die Stadt attackieren Alle so schnell wie mündlich nach Thiet Wir haben vielleicht einen Weg, das alles hier zu stoppen All right Danger 1 Wir vier müssen reichen Kennt sich hier jemand mit Maschinen aus? Ja, ich Sie gehen mit mir Ähm Thiet hat ein Verteidigungssystem Irgendwas, um das Imperium aufzuhalten Aber der Sturm hat Energierelais in der Stadt beschädigt Bis sie repariert sind, können wir gar nichts aktivieren Wir teilen uns auf, reparieren die Relais Und danach treffen wir uns am Palast Klar Ja Verstanden 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 Verstanden